Gevin, grün oder weiß? Grün. Mailand oder Madrid? Mailand. Weil ich war schon in Mailand und es ist eine sehr schöne Stadt und ich liebe Italien. Cola oder Fanta? Fanta. Party oder Couch? Couch. VIP-Bereich oder Fankurve? Fankurve. Stimmung machen. Wasser mit oder ohne Sprudel? Was ist Sprudel? Gas? Mit. Snapchat oder Instagram? Instagram. Meisterschaft oder Pokalsieg? Meisterschaft. Viel besser. FIFA oder Pro Evolution Soccer? FIFA. Messi oder Ronaldo? Messi. Messi ist, ähm... Weil Messi ist einfach... Aber was er macht, ist einfach unglaublich, auch wie Ronaldo, aber Messi ist es mehr natural. Für mich ist Messi besser. Urlaub oder Saison? Beide, das kann ich beide sagen. Volkswagen oder Audi? Volkswagen. Natürlich. Ja, natürlich auch. Laufen oder Fahrradfahren? Fahrradfahren. Warum? Ich mag nicht laufen, wenn es keinen Ball gibt. Mallorca oder Ibiza? Mallorca. Warst du schon oft da? Ja, Mallorca, aber Ibiza nicht. Apple oder Windows? Apple. Hast du alles von Apple? Fast alles, ja. Keine Schleichwerfung mehr. Trainer oder Manager nach der Karriere? Berater, vielleicht. Auf der Möglichkeit. Hund oder Katze? Katze. Hast du eine Katze? Ja. Ja? Eine? Ja, nur eine. Das ist genug. Salat oder Steak? Steak. Gibt Kraft. Dribbling oder Tackle? Tackle. Ich bin ein Verteidiger. Notbremse oder Gegentor? Ja, nur eine Bremse. Blond oder Brünett? Brünett. Ich wusste auch was. Nicht. Ich wusste auch was. Ich wusste auch was. Kino oder Netflix? Kino mit Popcorn. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Ja, besser? Ja. Schmeckt besser? Ja. Okay. Sommer oder Winter? Sommer. Kannst du Ski fahren? Ja, aber ich dachte nicht mehr. Okay. Profifußballer. Ja. Kopfballtor oder Tor mit dem Fuß? Tor mit dem Fuß. Ich spiele nicht Fortnite, aber auch Counter-Strike, weil ich war junger, habe ich dieses Spiel viele Stunden gespielt. Ich spiele nicht so. Chips oder Schokolade? Schokolade. Schweizer Schokolade? Ja, sicher. Eistonne oder Massagebank? Massagebank. Durchkneten. Kann ich verstehen. Mathematik oder Deutsch? Mathematik. Ja, bist du? Ja, ich war sehr gut in der Schule, ja. Streber hier, Streber. Underdog oder Favorit? Underdog, ja, Underdog. Underdog, ist cooler. Startelf oder Joker-Tor? Startelf. Ecke oder Freistoß? Freistoß. Warum? Warum? Weil wenn wir ein Tor machen, im Freistoß ist, ist es einfach besser und schöner. L.A. oder New York? L.A. Film oder Serie? Serie. Was für eine Serie guckst du gerade? Moment, so viele Serien. Ich schaue momentan. Mein Hunter. Netflix. Simpsons oder South Park? Simpsons. Simpsons? Ja? Guckst du? Ja. Porsche Straße oder lieber altstädtisches Fallersleben? Fallersleben, ich weiß nicht, ja. Wohnst du da? Eben. In Emen. Ja, cool. Trämmere. Ja. Alles. Seh bande endroit 묻en. Die. Die.